Hi Leute, ich möchte euch den besten Zug von Bess Harmen in ihrer Karriere vorstellen. Wir befinden uns in dem entscheidenden Spiel, letzte Runde des Moskauer Turniers, gegen den Super-Großmeister Borghoff, gegen den sie bisher noch nie gewonnen hat. Sie ist hier am Zug mit Weiß, Borghoff bietet ihre Mie an, sie lehnt ab und spielt das sensationelle Damenopfer, Dame schlägt F6. Borghoff geht hier raus, es folgt Tom F8, Schach, König E7, holt sich eine neue Dame Bess, jetzt gibt es hier noch ein paar Schachs, aber der Weiße König rettet sich und nach König D2 hat Schwarzer keinen Schach mehr, Borghoff gibt auf und Bess gewinnt dieses Moskauer Turnier. Das war der beste Zug von Bess Harmen.